So, hallo alle zusammen, herzlich willkommen zurück bei Raft. Und heute lösen wir das Geheimnis, ja. Werden wir hier einen unglaublich tollen Schatz finden. Ich bin gespannt, ich weiß es noch nicht, wir werden mal gucken, ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir wieder Titanerz dabei haben. Aber das sieht nicht so aus, Leute. Das sieht nicht so aus, auf gar keinen Fall. Leider kein Titanerz, aber ja, anderes cooles Zeug, ne. Schade. Okay, und das war's jetzt hier aber auch. Das ist auch nur eine kleine Insel, oder? Das ist auch nur eine kleine Insel und, ja. Schade, komm, das nimm mal mit. Komm, die gehen wir ran. Sehr schön. Ne, das war's. Auf der kleinen Insel haben wir halt nur einen Schatz gekriegt. Aber das ist auch nicht schlimm, Leute, ja. Aber Titanerz wäre halt schon cool, wenn wir nochmal gekriegt hätten. Komm, wir hauen hier aber auf jeden Fall nochmal kurz die Palmen um. Dann kriegen wir auch noch ein paar Kokosnüsse. Ja, vielleicht kriegen wir noch ein paar, ja, Samen für die Palmen. So, vielleicht hier noch ein bisschen Blume und Blumensamen. Zack, zack, zack. So, weil, wie gesagt, ne, wir wollen ja auch gucken, dass wir endlich, ja, alles angebaut kriegen. Auf unserem Raft. Mhm. Sehr schön. So, ich hoffe, dass dieses blöde Regenwetter bald mal vorbei ist. Da habe ich nämlich gar keine Lust mehr drauf irgendwie. Also überhaupt nicht. La, 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 la. So, wir werden uns euch, heute werden wir uns auf jeden Fall dann aber auch in der Folge so mal Richtung Weg zum nächsten Spot machen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ähm, muss ich gleich mal nachgucken. Warte mal, wo war denn das Journal? Ah, hier. Äh, Varuna. Genau, Varuna. Also wir werden uns auf jeden Fall auf den Weg nach Varuna jetzt mal machen so langsam. Und werden wir gucken, dass wir vielleicht die ein oder andere Insel, die wir unterwegs noch finden, dass wir die noch looten, oder? Und, äh, vielleicht können wir ja da auch noch den ein oder anderen Schatz. Und, äh, ich will auch mal gucken, dass wir, ja, jetzt mal irgendwie an dieses Kugelfischzeug kommen. Dann, uh, 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 ich hab doch einen, ich hatte doch, ah, ich dachte. Achso, doch, ich hatte es leer gemacht. Aber, ey, wenn du anfängst hier nur Pflanzen zu sammeln. Ach, herrje. Hehe. Da ist das Inventar, Inventar sehr, sehr schnell immer wieder voll, Leute. So, auf dem Weg Richtung Varuna werden wir auch gucken, dass wir das Raft weiter ausbauen hier mit den, äh, ja, genau, wegen dem da, wegen dem Olaf, ne, mit den, äh, verstärkten Planken außen, dass der uns da nichts mehr abfressen kann. Und, ey, ich hoffe, wir haben halt bald das Titan zusammen für den Wassertank, weil im Moment können wir einfach dieses coole neue Gerät noch nicht benutzen, was ich unglaublich schade finde. Ich hab's heute tatsächlich auch mal geschafft, das Ganze wieder über den Modloader zu starten. Das heißt, ähm, es sollte auch alles ordentlich verteilt werden, wenn ich das jetzt reinschmeiß. Ja, ich hoffe, dass ich's richtig gemacht hab. So, zack, 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 wunderbar. So, einmal zu und wieder auf. Na, na, seht ihr? Seht ihr? Schon ist es verteilt worden. Ja, wunderbar. Top. Na, und nochmal so als Anmerkung für alle. Ich hab keine Mods drauf, die irgendwie mehr Items bringen oder sonst irgendwas. Ich hab nur zwei Mods drauf im Moment und zwar, und das schon von Anfang an. Und zwar ist das einmal der Mod, ähm, damit, ja, die Inventare besser sortiert oder, ne, also egal in welche Kiste, dass ich's reinschmeiß, ne. Bisher haben wir aber nur eins, zwei, drei, ich glaub sechs abgegradete, äh, automatisch sortierende Kisten, äh, oder Schränke, ja. Also egal, wo ich's reinschmeiß, der verteilt das dann automatisch so, wie das hier eingestellt ist in das Zeug. Also es ist bei weitem noch nicht alles, äh, ja, dass es automatisch sortiert wird, ne. Aber das Zeug ist teuer, da brauchen wir, äh, ja, da brauchen wir noch ein bisschen, da brauchen wir noch ein bisschen Titanen, da brauchen wir noch ein bisschen dies und das. Ja, aber jetzt mit den sechs Kisten, äh, kommen wir schon mal ganz gut, äh, zurecht, finde ich. So, einmal hier. So, da nochmal das rein, das rein, weil wir brauchen ja jetzt auch wieder ganz dringend, ähm, wo ist das Holz drin? Warte mal kurz. So, da ist alles mit Pflanzen drin, da ist Kunststoff drin, wo war das Holz? Da ist alles mit Eisen und Metall drin, so, sehr schön. Ähm, wir brauchen ja, äh, so, und das und das und das, sehr schön. So, weil wir brauchen ja wieder Eisenbarren und Nägel, um quasi, ja, komm, wir gehen mal schlafen. Äh, um quasi die Verstärkung zu bauen, damit der Olaf uns nichts mehr tun kann, Leute. Sehr schön, nice. So, äh, machen wir einen Haken und ab ins Wasser. Ich hoffe, der Olaf bleibt weg. Wir gucken mal so ein bisschen, ob wir hier, ja, überhaupt einen Riff finden, wo wir irgendwas looten können, oder? So, weil dann würde ich auf jeden Fall noch ein bisschen Metallschrott mitnehmen. Aber, äh, wenn wir den dann haben, dann war's das auch. Äh, dann machen wir uns auf den Weg, Leute, Richtung, äh, Varuna, oder wie das Ganze heißt. Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, Varuna. So, zumindest schon mal die Richtung. Zumindest schon mal die Richtung. Unterwegs werden wir ja auch die eine oder andere Insel finden, ja, bei der wir so ein bisschen looten können. Und, ähm, dann sind wir aber schon mal auf jeden Fall auf dem Weg. So, zack. Und zack. Sehr schön. Ja, komm. Wenn wir schon dran vorbeikommen, nehmen wir es auch mit, oder? Was soll man es liegen lassen? Besser haben, als brauchen. So, Muschel nehmen wir auch noch mit. Einmal kurz hoch. Luft holen. Lalalala. Sehr schön. Äh, jo, da haben wir noch ein bisschen Metall. Zack. Auch mitgenommen. Sehr gut. Das sind Steine. Steine will keiner. Steine will niemand. Weg da. So. Ähm. Ah, da. Da haben wir noch ein bisschen was. Was ist das? Ich hoffe, Kupfer, ne? Ja, müsste Kupfer sein, gell? Ja, Kupfer. Sehr schön. Kupfer können wir auch gut brauchen. Für Batterien und Elektronik und, und, und. Nice, nice. Und wieder runter. So, was haben wir hier schönes? Ah, komm. Sand. Ne. Was ist das? Ton? Ja, Ton. Nicht Sand. Wie komme ich jetzt auf Sand? Komm, den nehmen wir auch mit. Dann können wir auf jeden Fall gleich mal noch einen Brennofen bauen. Das ist auch immer gern gesehen. So. Oh, komm. Kupfer. Ach, komm. Wenn es schon da ist, oder? Wenn es schon da ist, Leute. Warum liegen lassen? Später brauchen wir es und dann ärgern wir uns, oder? Außerdem, ich finde diese Tauchgänge, ey, ich finde, die machen irre Spaß im Raft. Es ist eh ein mega geniales Spiel. Wirklich. Ja. Ganz ehrlich. Und ey, es wäre so schön, wenn da irgendwann mal ein zweiter Teil rauskommt. Ich würde das so feiern. Ich weiß gar nicht, ob da was in Planung ist oder nicht. Wenn ihr das wisst, haut es gerne mal in die Kommentare. Uh, erstmal Luft holen. Haha. Vor lauter Quatschen mit euch. So, zack. So, ich weiß nicht, wenn ihr wisst, ob da was in Planung ist, wenn ein zweiter Teil Raft, ne? Ey, ich würde es echt cool finden. So, ein dritter Teil, äh, Subnautica, ja, ist ja in Planung scheinbar. Ne? So ein dritter Teil. Da habe ich schon was gelesen von Subnautica. Ist ja in Planung. Auch ein geniales Spiel, Leute. Ich weiß nicht, wer es kennt. Aber, das könnte man vielleicht auch mal jetzt playen, oder? So. Ist halt genial. Ist halt unter Wasser mit Basebau und so. Richtig cool. Subnautica, richtig cool. So mit Unterwasser Base. Ist halt auch mal, ja, was ganz anderes. Wenn du dann, ja, so ein bisschen Unterwasserwelt baust, ne? Nicht, nicht irgendwie an Land, oder nicht irgendwie, äh, warte mal. Oder nicht irgendwie, ähm, na, komme ich nicht drauf. Ha, oder nicht im Weltall, genau so. Sondern war schön unter Wasser. Weil auch die Unterwasserwelt ist ja genial, oder? So, jetzt aber. Äh, okay, pass auf, scheiße Batterie ist garantiert schon wieder leer, weil ich nicht ausgemacht habe. Oh, nein, oh, ich bin, ich bin überrascht. So, einmal kurz ein Ankerlichten. So, sehr schön. So, Honig haben wir auch wieder. Rausmachen, damit da schön neuer Honig reinkommen kann. Boah, freue ich mich, wenn der Olaf uns nix mehr kaputt beißen kann. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich freue mich so mega drüber, wenn der uns nix mehr kaputt beißen kann. So, Essen und Trinken aufpassen, auch wichtig. Ah, Mist. Na, komm. So, alles klar. Varuna ist noch eingestellt. Müsste eigentlich jetzt hier 1345 Meter in die... Oh Gott, ich hab'n Anker nicht hochgemacht, ne? Können wir eigentlich drehen, wenn der Anker unten ist? Ne, kann man auch nicht. So, kacke. Lalalalalala. Lalalalalala. So, auch wieder vergessen. Ja, ja, ist ja gut. Die Motoren, ei, ei, ei. Die jammern schon. Hört das. So, jetzt aber hoch. Und dann mal Richtung Varuna gedreht. Ey, ich bin so gespannt, Leute, was uns da erwartet in Varuna. Weil diese ganzen Locations, ne, die waren schon immer spannend bisher, oder? Ich weiß auch gar nicht, was Varuna ist. Oh, oh. So, warte mal. Jetzt da lang. Da lang wollen wir doch. So, drehen nach links, 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 drehen nach links. So, alles klar. Wir befinden uns jetzt, Leute, auf dem Weg nach Varuna. Sehr schön. Das machen wir mal kurz aus. So, die Motoren laufen. Ach, oh, hier der Grill, ne? Aus dem Fass gemacht und so. Es ist einfach, es sieht so schön und so stimmig aus alles. Ich find's einfach cool. Ja? Also, die haben da wirklich ein schönes Spiel gemacht. So, zack, das hier raus. Dann hier das rein. Planken dazu. Zack. Und dann raus. Zack, zack. Sehr schön. Haben wir noch Planken? Ja, haben wir noch. So, dann können wir hier Wasser nachfüllen. So, das ist übrigens, das ist übrigens eine Farbmühle. Ja? Da kann man Farben drin machen. Das werden wir irgendwann auch mal machen. Ja? Oder, wenn ihr die alten Folgen schon geguckt habt, ja? Da haben wir öfter schon mal, haben wir öfter schon mal Farbe drin gemacht. So, also, passt auf, Leute. Hm, 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 hm. Lass mal gucken. Das, was, was, jetzt bin ich wieder, jetzt bin ich gerade wieder im Moment noch ein bisschen total überfordert. Äh, ja, genau. So, ich wollte ja schauen, dass wir, ähm, den Olaf weiter daran hindern, dass der uns das Schiff kaputt macht, oder? So, zack, und hier die Panzerung ausgewählt, und dann schauen wir mal. So, weil auf der Seite sieht man es schon schön, ne? Da ist nichts mehr abgeknabbert. Aber hier, wie man sieht, ja, na, da halt schon noch, ne? Und dann, wenn wir das haben, können wir uns auch endlich um eine vernünftige Reling kümmern. Äh, so. Im Moment wäre es halt einfach nervig, finde ich, ähm, weil, boah, du müsstest ja auch jedes Mal die Reling mit reparieren, und, und, und. Äh, wenn der, ne, halt, das war das Falsche. Das brauche ich nicht. Ich brauche das Bessere. Ja, das ist ja hier, ne? Wir wollen nur vom Feinen, nur vom Besten. Mhm. So, zack, und zack, sehr schön. So, und dann weiter Panzerung ausgebaut. Boah, wie genial, oder? Ach, komm, dann machen wir hier auch gleich. Dann machen wir da auch gleich. Ich bin so gespannt, was uns in Varuna erwartet. Was das genau ist, ob das eine Insel ist, und, und, und. So, ja, mein lieber Olaf, ha, 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 da beißt du dir künftig ganz schön die Zähne aus, wenn wir hier so weitermachen. Äh, wo geht's noch rein? Jetzt verlaufe ich mich schon auf meinem eigenen Raft. Ähm, warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz. So, ähm, boah. Haben wir denn irgendwo noch Leben? Haben wir irgendwo noch, äh, Lehm? Wo war denn Lehm drin? Komm, wir holen das alles mal hier in die Kiste. Ach so, die zwei Kisten, die sind übrigens auch, ähm, so, Lehm. Äh, die zwei Kisten, die sind auch automatisch sortierend. Das heißt doch Lehm, oder? Was wir da haben. Oder hieß das anders? Alter, wie vertippt. Das ist so klein. Ich kann das gar nicht lesen. Wie heißt denn das Zeug? Warte mal, oder Ton. Ton heißt's, ne? Warte mal, Ton oder Lehm? Was steht da dran? Ton, da ist es doch, genau. Also, dann bringen wir den ganzen Ton hier rein, mein Freund. Oder? So, zack. Jetzt sollte der eigentlich hier auftauchen. Außer, wir haben den schon, ah, haben wir den vielleicht da schon mit, äh, warte mal. So, nee, da ist, äh, da ist nur der Dreck. Aber kein Ton. Hä, warum taucht der da jetzt nicht auf? Das muss doch funktionieren. Ton. Wir gucken nochmal. Ton. Ah, okay. Ach, bin ich doof. Wir müssen es ja erst, wir müssen es ja erst auswählen. Äh. Nein, nicht alles. Bist du irgendwie doof? Hä? Ach, ist auch egal. Also, wir haben ja genug, wir haben genug Ton noch im Inventar. Vielleicht haben wir auch gerade gar keinen. Das könnte es sein. Das wäre möglich. So, und jetzt müssen wir gucken, nasser Ziegel, Sand und Ton brauchen wir dafür. Ey, wir machen einfach mal, äh, zehn Stück, oder? Wir machen einfach mal zehn Stück und die legen wir dann, äh, zum Trocknen schon mal raus. Ähm, machen wir natürlich irgendwo, äh, wo der Olaf nix abbeißen kann. So, zack. Da, zack. Sehr schön. Weil, dann können wir uns hier noch ein paar, äh, ich weiß nicht, oder vielleicht auch noch nur ein, erst mal, ich weiß nicht mehr, wie viele man braucht, aber wir können uns dann auf jeden Fall noch einen Brennrufen mehr machen, damit wir unser Eisen schneller gebrannt kriegen, oder unsere Erze im Allgemeinen. Oh, da ist eine Insel. Ach, komm, nee, erst mal nach Varuna, oder? Erst mal nach Varuna. So, zack, zack, den hier. Oh, Essen, wir müssen gleich noch nach Essen gucken. Oh, ganz dringend Essen, Essen, Essen. Lalalala, 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 so, dann machen wir die wieder voll. Sehr schön. Und das hier rein, und dann das hier rein. So, wie sieht's denn mit Essen aus? Haben wir denn noch irgendwie, ähm, komm, alles was so Kartoffeln, können wir eigentlich hier mal in die Pflanzenkiste, oder? Kartoffel, machen wir mal. Kartoffel. Dann soll er die da mal mit einsortieren, oder? Rohe Kartoffel und gebratene Kartoffel, soll er hier einfach mal mit einsortieren. Jetzt Select. Aber ich glaub, da haben wir auch keine mehr. Oder, das kann doch nicht sein, oder? Dass wir keine Kartoffeln mehr haben. Jetzt mal ernsthaft. Kann das wirklich sein? Haben wir keine Kartoffeln mehr? Mach ich grad irgendwas falsch? Hm, hab ich noch Kartoffeln nie? Nee, auch nicht. Warte mal. Ey, das gibt's nicht. Rohe Kartoffeln, gegarte Kartoffeln. Oder, ich hab die vielleicht schon woanders einsortiert. Ich weiß es nicht. Boah, ich komm selbst. Ich glaub, weil die da... Nee. Komisch. Das ist echt merkwürdig jetzt grad. Warum funktioniert das jetzt nicht? Weil da war die... Oh, 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 oh. Ja, ja, ja. Oh, Hunger, Hunger. Ich weiß. Wir haben Hunger, Hunger. Das heißt, wir brauchen den Grill, Grill, Grill. Und zwar schnell, schnell, schnell. So, ab nach oben. Und wir sollten vielleicht auch mal nach vorne gucken. Nicht, dass wir gleich hier irgendwie, ne, auf die Insel stoßen. Das wär auch unschön. Hm. Oder was auch immer dieses Varuna ist. Haben wir nix, was wär schnell? Eine Kokosnuss. Irgendwas müssen wir doch haben, Leute. Was wir hier verputzen können, das kann doch nicht sein. Einmal kurz nach unten, oder? Ich seh schon, komm, wir rammen gleich Varuna. Komm, irgendwo muss da auch irgendwie eine Kokosnuss oder irgendwas, müssen wir doch sein, was wir noch haben zum Spachteln. Komm, da haben wir schon mal einen Pilz, ne? Den pfeifen wir uns schon mal rein. Rohe Kartoffeln mach ich nicht. Ja, das bringt nix. Das ist einfach zu wenig, wenn du die roh verspeist. Aber wir müssen doch irgendwo noch... Da sind noch Melonen. Komm, pfeifen wir uns zwei Melonen rein. Sehr gut. Da geht auch das Trinken ein bisschen hoch. Perfekt. So. Und jetzt müssen ja auch demnächst dann mal die Kartoffeln fertig sein. Jetzt aber mal dringend nach vorne gucken, oder? Ganz dringend mal gucken. So, wie weit sind wir denn? Wo ist denn Varuna? Hallo? Oh je. Wir sind... Wir müssen kurz wechseln. Alter, da ist Varuna. Guckt's euch an. Oh, Wahnsinn. Was ist denn das, Leute? Ui, ui, ui. Wartet. Eine Sekunde. Uh, noch mal drehen. Oh, was ist denn das? Der Hammer. Der Hammer. Guckt mal. Was ist denn das? Da ist ein Baukran. Ich bin mega gespannt. Und mega neugierig, was wir hier dann finden werden. Echt? Aber wir sollten uns auf jeden Fall ordentlich vorbereiten. Das heißt, wir sollten Pfeile machen. Ich glaube, das haben wir nämlich auch keine mehr. Wir sollten gucken, dass wir uns Nahrung vorbereiten, die wir mitnehmen können. Dass wir Wasser vorbereitet haben, dass wir uns mitnehmen können. Und, und, und. Ja? Wir sollten uns ordentlich vorbereiten, bevor wir da reingehen. Weil wir haben es ja schon erlebt, ne? Manchmal gibt es da ganz schön böse Tierchen, die uns ganz schön auf den Keks gehen, oder? So. Ähm, ja, ich glaube, wir, warte mal, wir versuchen mal dazwischen reinzufahren, oder? Wir versuchen mal dazwischen reinzukommen, oder? So, warte mal, hier, hier, hier. Boah, ich bin so neugierig, was es damit auf sich hat. Und was das jetzt für eine coole Location ist. Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, irgendwas, was noch nicht fertig gebaut war, oder? Ne, das hatten die vielleicht vor der großen Flut angefangen. Ne, aber sind halt damit nicht fertig geworden. Uh, uh, uh. So. Na, komm, das kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Sehr schön, wir drehen, 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 wir drehen. Und drehen, und drehen, und drehen. So, vielleicht sollten wir erstmal hier ankern Ich weiß es nicht genau Aber irgendwie muss man doch da hochkommen Was machst du denn, wenn du ins Wasser fällst? Wie kommst du denn da hoch? Wir schauen mal noch die andere Seite kurz an Oh, sieht das cool aus Ey, mega So Ah, guck mal da, da ist was, da ist was zum Anlegen Da ist was zum Anlegen, da fahren wir hin Oh, so Boah, ich bin mega gespannt Ich bin mega gespannt, was das hier gibt Und ich hoffe, wir finden noch ein bisschen Titan dort So, komm Wir fahren einfach mal, zack, so dagegen, oder? Ich muss jetzt eh schnell wieder hinter rennen Und so, den machen wir mal aus So, oh Gott, jetzt aber schnell hinter Schnell hinter die Motoren aus Äh, so, äh, hier Wo, warte mal, wo ist der Schalter? Da? Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein Ups Äh, wir brauchen unbedingt eine Reling Das ist ja kacke So Ne, halt nicht an Das war der falsche Den will ich noch ausmachen So Und den Anker Dringend den Anker runterlassen Und dann So, einmal schlafen Dass wir das Ganze auch in voller Pracht sehen, oder? Und wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen Ey, wir müssen Vorbereitungen treffen Ganz, ganz wichtig Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder Hunger Ab nach oben erstmal Ab nach oben Die Kartoffeln müssen hoffentlich fertig sein Da gibt es jetzt schön lecker Backkartoffeln Oh, nom, nom, nom Sehr gut Was noch gut wäre, wäre ein Steak dazu, oder? Sehr schön Backkartoffeln Und dann pfeifen wir uns die rein Und jetzt bin ich wirklich gespannt Wie dieses Waruna aussieht Jetzt, wo es heller ist Komm, wir gehen mal da hin So Und hier sollte man ja irgendwie hochkommen, oder? Mhm Genau Ja, cool, oder? Aber Von hier sehen wir nichts Wir müssen von oben gucken Wir müssen von oben gucken La, 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 la So Honig ist noch keiner drin Kein Frischer Boah, Wiese Wir müssen auch echt mal Wiese und alles machen Mann Ja, mega Mega Ey, ich bin gespannt, was uns hier erwartet Aber Ey, wir haben erstmal noch ein paar Vorbereitungen zu treffen Wir sind ja jetzt schon mal da Das ist gut Jetzt müssen wir erstmal gucken Dass wir, ne Uns ein bisschen, ja Essen vorbraten Also Ein paar Töffelchen Ganz wichtig So Weil Wer weiß Wie lange wir brauchen, um da durchzukommen So Äh Zack So Und ein Wasser geholt Man, mich ärgert das Dass wir immer noch nicht Den Dings verwenden können, Mann Das ist so schade, oder? So Den, äh Ja Elektrischen Wasserreiniger So Zack 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 Na Oh, schon leer Okay Dann müssen wir nochmal Wasser holen So Aber erst müssen wir mal voll machen Na Jetzt Sehr schön So Mit 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 Salzwasser füllen Genau So, jetzt passt's Und auch hier Ganz ehrlich Guckt euch das an Ne Also Es ist so Liebevoll gemacht Wirklich Jeder Einzelne Gegenstand Der da rumsteht Ne Guckt vorne die Wanne Oben das Glas Ne Wo das Ganze Wo das Wasser hochkondensiert Ja Und dann nach vorne runter tropft Ja Ähm Und halt wirklich Alles so auf Alt gemacht Und aus Schrott gebaut Und ey Ich find's mega Wirklich So Zack Äh Den machen wir auch mal wieder voll Damit wir ein bisschen schneller Jetzt am Wasser kommen Oder Dann wird hier noch ein bisschen Vorgegrillt So Ist da wieder Honig drin Nein Leider nicht So Äh Die ist geladen Das ist praktisch Ne Die Kartoffeln brauchen wir fürs Essen Die werden jetzt nicht zu Treibstoff erstmal Nö 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 Das machen wir später Wieder Wir haben eh noch Wir haben eh noch gut Sprit im Tank Oder Oh scheiße Was hab ich da gesagt Haben wir gar nicht Ey was haben wir denn noch Was können wir denn Was können wir denn da noch rein häckseln Warte mal kurz Wir gucken mal was wir noch haben Oder Wir schauen mal was wir noch haben An Rohkost Also wir können auf jeden Fall Das Ding können wir reinballern So Zack Hier ist nix Hier ist auch nix Ach her je Ey wir müssen echt Treibstoff machen Leute Ach mensch Olaf Ich hör dich doch schon wieder Du alter Schlawiner So Äh Da ist nix Ja noch ein paar Kartoffeln Aber die können wir zum Grillen noch rausholen Da ist auch nix So Haben wir hier irgendwas Nö Ach so hier kann eigentlich gar nix drin sein Weil die werden ja automatisch sortiert Kann man da Muscheln reinschmeißen Ich weiß es nicht So Wenn wir Wenn wir Fische hätten Können wir die glaube ich auch reinschmeißen Ne Da Leute Alles näher Oh da haben wir noch Fleisch Steak Sehr gut Komm Äh wir ballern die Radieschen mal oben rein Es wird zwar nicht viel bringen Aber Oh je Da ist auch nix mehr drin Ja was ne Kacke So Einmal Radieschen reingeworfen Äh genau Oh Rübe platzieren Tropft sie jetzt wieder Ja Gott sei Dank Das schon mal gut oder Ey vielleicht pflanzen wir kurz auch noch ein paar Sachen an Komm Wir pflanzen kurz noch ein paar Sachen an Damit die wachsen können Während wir jetzt gleich Die Insel erkunden Damit wir dann auch nachher genug Treibstoff haben Um wieder wegzukommen oder So Äh was können wir denn Ne Oh Das ist die richtige Kiste Ähm Nehmen wir Ananas zum Beispiel Wir können Ananas nehmen Wir können Melone nehmen Wir könnten aber auch mal Erdbeersamen Aber Erdbeeren Keine Ahnung Die sind halt auch klein Die werden uns nicht viel Masse bringen oder Komm Wir ballern Melone und Ananas Wir ballern Melone und Ananas So Das müsste uns doch eigentlich massig An Ja Biomasse dann bringen So Einmal hier Hier Und dann machen wir hier noch Zweimal Ananas Sehr schön Äh Okay Ganz ehrlich Weiße Blumen brauchen wir im Moment auch nicht Ja Also Farbe wollen wir gerade nicht herstellen Komm Dann machen wir lieber da auch Dass wir noch ein bisschen Biomasse zusammen kriegen So Nochmal Wasser geholt Ich freu mich wirklich mega Wenn dieses blöde Automatische Wasser Sammeldung endlich funktioniert Zack 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 Und nochmal hier Und dann haben wir hier nochmal Wasser Oh ja Oh ja So Ähm Okay Oh die Kartoffel noch Ne Achso Ähm Zack Da ist noch gar keine drin Da hinten Jetzt hab ich's gesehen Erst Sehr schön So Und Ah Da muss auch noch rein Zack Und Wasser drauf Sehr gut So Das Hauen wir uns nochmal kurz hinter die Kiemen Das Schlückchen Was noch drin ist Dann machen wir nochmal beide Wasserdinger voll Ach Ich sag's euch Leute Das ist eine Arbeit hier Ne Unglaublich La 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 So Rein damit Sehr schön Top So Dann hier Nochmal füllen Und dann ab nach oben Sehr schön So Ähm Okay okay Hier wächst alles Das ist prima Hier grillt nix mehr Also Neues Grillzeug drauf Dann Wie sieht's denn eigentlich aus Mit unseren Waffen Wie sieht's aus Mit Pfeil und Bogen Haben wir da noch was Oder ist der kaputt Ah Leute Unschön 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 Komm Wir ballern die Kartoffeln rein Die wir noch haben Pfeil drauf So Honig Haben wir keinen im Moment Okay Honig noch holen So Äh Honig 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 Müsste eigentlich hier Wenn wir noch haben Mit drin sein Ist er aber nicht Dann schauen wir mal Was haben wir noch an Honig 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 Wabe Und Honig Glas Soll mal hier mit Einsortiert werden So Honig Wabe Honig Glas Taucht nix auf Also haben wir nix mehr Mist Aber das kann doch nicht sein Ich hab da irgendwo Honig Wabe Honig Glas Gesehen Warte mal kurz Ist das doch irgendwo Hier guck Da ist doch ein Honig Glas Ah Okay Seht das Honig Wabe und Honig Glas werden auch schon Automatisch hier rein Sortiert Das heißt Wir können es da wieder Wack machen So Zack Und Ja Sehr schön Kein Honig mehr Bitte Honig Äh Passt Sehr gut Na So Dann wollen wir jetzt Honig herstellen Weil Oh Gott Wir haben noch echt viel Glas Sehr gut Und dann schmeißen wir den Honig mal hier schön So Zack Zack Und jetzt soll es doch hier weiter tropfen Oder nicht Benötigt Rohkost Ach Mann Oh Sollen wir die Steaks noch reinschmeißen Ach Komm Pfeif drauf Steaks rein Aber jetzt Das muss ich jetzt aber wieder Oh ja Jetzt ist fertig Gut Zack Kraftstoff platziert Sehr Sehr schön So hier tropft es noch Oder Ja Auch gut So Honig ist voll Können wir den wieder wegpacken So Müssen wir uns merken Da hinten in der Kiste ist ja Honig Also hier Oder Ich glaub ne Ach Wir werden es schon finden So Dann haben wir das Das So Jetzt ganz wichtig Pfeile Leute Pfeile 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 So Wie sieht es denn überhaupt aus mit Bogen Haben wir noch einen Bogen Haben wir keinen Bogen mehr Ich weiß es nicht So Kletterpflanzenklipper brauchen wir dafür Okay Kein Problem Kriegen wir hin oder So Zack Zack Kletterpflanzenklipper vorbereiten Sehr schön Nice 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 So Das haben wir Das haben wir Oh Gott Wir müssen schon wieder essen Oh Gott Bis ich hier fertig vorbereitet hab Ne Haben wir schon wieder kein Essen mehr Das wir mitnehmen können Es ist furchtbar So Ich muss dringend mein Nahrungsmanagement überarbeiten Ganz Ganz dringend Da läuft einiges noch schief Oder So Trinken wir uns nochmal voll So Komm Das pfeifen wir auch noch weg Ja komm Dann können wir das wieder voll machen Zack 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 Sehr schön Ähm Ja Jetzt Was Was Achso genau Bogen Pfeile Genau Das wollen wir alles mal gucken Oh Gott Also Machete nehmen wir auch mal mit Oder Machete nehmen wir auch mal mit Brauchen wir auf jeden Fall Machete Ganz wichtig Äh So Da ist nix Was wir jetzt brauchen können Ja Angeln werden wir nicht unterwegs Oh guck mal Hier sind auch noch Melonen Melonen und Mango Haben wir hier noch Ach komm Das lassen wir eh alles erstmal da Ich glaub auch das Beil werden wir nicht brauchen Die Schaufel werden wir nicht brauchen Das kann weg Das kann weg Ach komm Zack So Jetzt das Beil weg Das hier weg So Machete wie gesagt brauchen wir nicht Oh der Olaf der nagt schon wieder hier ran Boah wir brauchen eh einen neuen Speer Leute Guckt mal So das auch nix Auch nix Auch nix Alles da Oh oh Da brauchen wir nochmal neues Zeug Mal gucken Wo ist das Zeug eigentlich hin So Klipper Dankeschön Und Dankeschön Und Dankeschön Zack So erstmal den Bogen Und dann brauchen wir noch Pfeile Ähm Federn haben wir keine Ne Komm Oh aber hier guck mal Steinpfeile Können wir echt genug machen Diesmal Ich glaub so viel Steinpfeile Hat man noch nie dabei Ne So Metallspeer Können wir auch wieder herstellen Top Das heißt Waffenmäßig Müssten wir jetzt Oh Da hätten wir eh noch einen gehabt Aber egal Weil der wird eh kaputt gehen So Zack Ne halt so Genau Passt das jetzt Ja passt Sehr gut Ach man Sind wir gleich optimal vorbereitet Oder So einmal den Bauhammer weg Äh das hier weg Brauchen wir auch nicht So Essen Müssen wir gucken Wo ist noch Wo war noch Wo war noch Wo war noch Wo war noch Hier Dann nehmen wir das als Essen noch mit Dann haben wir alles Oder Leute Dann sind wir bereit Dann sind wir ready Ne Wasser Müssen wir noch Trinken mitnehmen Genau So einmal noch die Wasserflasche voll gemacht So Dann sind wir ready Und bereit Wir sind bereit Für Varuna Hohoho Ich bin so mega gespannt Und so mega neugierig Aber Leute Varuna Das machen wir dann In der nächsten Folge Das werden wir dann entdecken Da freue ich mich drauf mit euch Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn es euch gefallen hat Dann lasst sehr gerne Oh Gott Es wird immer mehr Abo Like Kommentar Und eine Teilung da Das wäre sehr nett Leute Das hilft mir ein bisschen Dass der Kanal noch ein bisschen wächst Ja und Vergrößert auch noch so ein bisschen Ja unsere Vogelscheuchen Community Und ich sag mal so Wenn es euch gefallen hat Wenn ihr euch gut unterhalten gefühlt habt Dann ist halt so dieses Däumchen Ja wie so der Applaus Ja so Ich bedanke mich Macht einen schönen Tag Ich bedanke mich bei euch Einen schönen Tag noch Passt auf euch auf Ja bis zum nächsten Mal Raft Oder bis zum nächsten Video Ciao Ciao